So, vor ein paar Tagen haben sie da oben fünf Tschecher abgeholt. Die haben nachts einen Notruf abgesetzt. Die waren sehr schlecht ausgerüstet. Nicht einmal ein Eisbickel dabei, geschweige genau Steigeisen. Nicht einmal eine Stirnlampe. So, und jetzt ist heute Montag. Und am Dienstagmorgen soll es schlecht Wetter geben. Das ist zumindest einmal ein Zeichen, dass es zuzieht. Dass es schlechter wird. Dann könnte es doch oben schon wieder schneien. Heute haben wir den 13. August 2018. Für Nachmittag sind Gewitter angesagt. Und da oben versteckt sich der hohe Sonnenblick in die Wolke. Okay. So. 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 So.